10, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ein riesiger Applaus für unsere Helden! So, die Zeit läuft. Ich übergebe das Mikrofon an die Profi-Moderatorin, an Nico, 21 Jahre jung, aus Hamburg, extra angereist nach Gotha. Mischa ist 26, der ist schon länger, der ist schon seit drei Jahren hier. Letzte Woche sind wir auf die wunderbar dumme Idee gekommen, uns einfach bei minus 13 Grad draußen in den Schnee zu setzen, weil wir einfach keine Lust hatten auf diese ganzen Minusgrade und die schlechte Laune, die dadurch entsteht, wir dachten uns, wir machen da einen schönen Sommertag draus und haben uns rausgesetzt und tatsächlich, mithilfe natürlich von Joey Kelly, 23 Minuten geschafft, bei minus 12, minus 11 Grad, wie viel hatten wir da ungefähr? Ja, minus 13, machen wir mehr draus. Haben wir es geschafft, 23 Minuten uns rauszusetzen, heute haben wir Unterstützung, zum einen natürlich von Helbing, mein Lieblingsbäcker, der eine sehr coole Aktion hier an den Start gebracht hat und zwar unterstützt er die Caritas Obdachlosenhilfe in Erfurt und wir können das Ganze nochmal unterstützen und noch einen drauflegen mit unserer Challenge und zwar bestätigt daraus, dass wir halt versuchen, möglichst lange hier sitzen zu bleiben in der Kälte, denn mit jeder Minute, die vergeht, werden dann nochmal 5 Euro zuzüglich dann gespendet an die Caritas Obdachlosenhilfe in Erfurt und da wollen wir natürlich möglichst viel Geld zusammenkriegen, ne? Ja, ist warm. Aber wir haben jemanden dabei, der jetzt mit uns mitmacht und das ist ja schön, ein Kunde, der gerade auch da war. Komm, komm einfach mal hoch. Komm her, komm her. Und deshalb haben wir noch, ja genau, stell dich mal ganz kurz vor und ja, wer du bist, was du machst, was bei dir so geht. Ja, ich bin der Michi. Sehr gut. Was? Gut, reich, danke. Übrigens, wir gucken auf die Zeit und sehen, wo wir stehen. Wir stehen momentan schon auf 17 Minuten. Also nochmal sieben Minuten, dann wäre halt, ähm... Wir sind jetzt bei 39 Minuten und 30 Sekunden. Die letzte halbe Minute läuft 40 Minuten draußen bei Minus gefühlte 10 Grad. Also schon beachtlich, muss ich sagen. Das ist absolut phänomenal. Wir haben jetzt noch acht Sekunden. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Riesenapplaus! - Vielen Dank.